hallo zusammen oh gott das licht gerade ist so viel besser ich habe das komplette video ein paar abende zuvor schon gefilmt und es war eine absolute katastrophe ich weiß nicht was mit dem licht oder mit dem make up los war also es ist gerade sehr viel besser heute wird das thema ziemlich fischig und die zusammenstellung ist eigentlich auch etwas kreativ denn ich habe vorab eine kleine empfehlung fangen wir deshalb zuerst mit einem schönen ausflugsziel an dem maxel aquapark in chinagawa inmitten des prinz hotel komplexes und gerade mal ein paar minuten von der chinagawa station entfernt es ist ein aquarium das sich über zwei etagen erstreckt mit einem tunnel einem riesigen souvenir shop einer schiffsschauke einem karussell und vielem mehr das besondere an diesem aquarium ist dass es saisonale designs gibt wenn mich nicht alles täuscht vier stück insgesamt da wir es im sommer besucht haben hatten wir also die volle matsuri action und es gab eine so schöne illumination von naked das sind übrigens auch die bei denen ich schon ein paar mal bei anderen ausstellungen war unter anderem in flowers in nihombashi im frühling gibt es dementsprechend sakura illuminations und das würde ich mir auch total gerne mal anschauen der eintritt kostet für erwachsene 1700 yen und für kinder 900 yen so genug fische gesehen reden wir über andere fische und zwar reden wir nun über sushi eines der bekanntesten japanischen gerichte überhaupt sushi wird in japan selbst zu verschiedenen anlässen gegessen sei es auf die schnelle art zu mittag in einem kiten restaurant auch als running sushi bekannt oder doch eher die feinere variante direkt an der theke vor dem sushi chef in einem etwas gehoben nach dem restaurant oder gar zu feierlichkeiten im großen stil ins insgesamt gibt es sechs verschiedene arten von sushi nigiri sashimi shirashi roshizushi temaki und uramaki beliebt sind meist verschiedene fischsorten es gibt sogar auch richtig kreative varianten mit frikadellen man habe ich das wort frikadelle lang nicht mehr gesagt oder auch wagyu pferdefleisch und geflügel es gibt echt eine ganz große bandbreite und wenn man eher auf vegetarisches sushi steht gibt es natürlich auch eine dementsprechende auswahl es gibt sushi mit spargel aubergine diverse pilzsorten vegetarier gehen auf keinen fall leer aus auch wenn das gericht eher dafür bekannt ist dass es fischlastig ist besonders in den kiten restaurants ich zeige hier mal das kuda sushi gibt es noch mehr auf den menü wie zum beispiel rahmen pommes oder desserts meis und Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Besonders das Sushi ist dort sehr billig in der Regel und man bekommt die meisten Teller mit zwei Nikidi für nur 100 Yen. Zugegeben, die Qualität ist dementsprechend natürlich nicht so gut wie in einem richtigen Restaurant, bei denen man direkt an der Theke sitzt und direkt beim Sushi-Chef bestellt. Auch bei den Restaurants hat man, wie beim Kiten-Sushi, die Möglichkeit Wasser und Tee umsonst zu trinken. Und Wasabi und Ingwer gibt es auch umsonst. Den Ingwer isst man in der Regel zwischendrin, um den Geschmack im Mund zu erfrischen. Wenn man in so ein Restaurant geht, kriegt man in der Regel Holzstäbchen. Und jetzt zeige ich euch mal etwas, was ich gelernt habe. Diesen Move hier kennt ihr bestimmt. Das solltet ihr in guten Restaurants eher nicht unbedingt tun. Da dies den Besitzer nämlich symbolisiert, also so unterschwellig, dass seine Stäbchen von nicht guter Qualität sind. Nigiri isst man entweder mit den Fingern oder mit den Stäbchen. Und wenn man das Stück in die Sojasauce tunkt, meist mit dem Fisch nach unten. Denn wenn der Reis zu sehr in die Sojasauce getrunkt wird, könnte er nämlich zerfallen. Ich hatte mal auf Twitter rumgefragt, ob ihr mir Fotos von Sushi in Deutschland schicken könntet. Und wow, ich wurde regelrecht überflutet. Und wie man sehen kann, es gibt tatsächlich einige Unterschiede. Zum Beispiel die im Westen sehr bekannte und beliebte California Roll, die in Los Angeles kreiert wurde. Du hast in Japan hingegen so gut wie keine Maki, die nicht in Nori eingewickelt sind. Also sprich, wo halt nur Tobiko drumherum ist. Tobiko sind diese kleinen Fischeier. In der Regel hast du die Maki immer mit Nori, mit den Algenblättern, eingerollt. Einige deutsche Sushi sind echt wahre Kunstwerke. Und das Foto hier, Moment, so, das hier, ist tatsächlich eines der wenigen, das so authentisch aussieht, dass es glatt aus Japan kommen könnte. Sogar mein Mann dachte, es wäre tatsächlich ein Foto, das in Japan geschossen wurde. Viele Restaurants in Deutschland werden auch von Thailändern, Chinesen, Koreanern und Vietnamesen betrieben. Daher ist es auch nicht außergewöhnlich, dass man hier und da, dort auch mal auf den Menüs, kulinarische Köstlichkeiten von anderen asiatischen Ländern vorfindet. Tausend Dank an dieser Stelle auf jeden Fall für die vielen tollen Bilder. Boah, jetzt bin ich ehrlich gesagt echt hungrig geworden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und diesmal bin ich, glaube ich, mit der Aufnahme ganz zufrieden. Also, wenn ihr hungrig geworden seid und Sushi auch so gerne mögt wie ich, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Also, bis dann! Tschuh! Diesmal! Es ist ein Dauern, der ist ein Dauern, der ist ein Dauern, der ist ein Dauern. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig.